Trotz vieler positiver Nachrichten für den Kryptomarkt und einigen sehr positiven On-Chain-Daten droppt der Bitcoin-Kurs und natürlich somit auch die Kurse von vielen anderen Kryptowährungen immer weiter. Bitcoin hat jetzt hier ein Level von 40.000 US-Dollar erreicht. Insbesondere aber sind wir hier durch wichtige Support-Linien nach unten durchgebrochen, welche wir benötigt hätten, um hier eben ein Bullishes-Reversal zu bestätigen. Und dementsprechend stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wie wird es weitergehen im Kryptomarkt. Und heute werden wir einmal auf verschiedenste Charts beim Bitcoin, aber auch auf interessante News und On-Chain-Daten eingehen, um eben besser zu verstehen, was passiert hier aktuell, wie weit könnten wir noch nach unten droppen und wie sollte man sich jetzt am besten verhalten. Das heißt, wenn ihr euch für Bitcoin interessiert, für den Kryptomarkt, im Allgemeinen seid ihr hier genau richtig. Ich hoffe, dass ihr am Ende dieses Videos etwas besser versteht, wie denn die aktuelle Situation hier aussieht. Bevor wir starten, würde ich mich allerdings kurz freuen, wenn ihr ein bisschen Support da lasst. Also hier gerne das Video liken und natürlich auch hier den Kanal abonnieren. Damit gebt ihr mir Feedback und könnt mich außerdem innerhalb von wenigen Sekunden unterstützen. Schreibt jetzt außerdem gerne in einem Kommentar, was eure Lieblings-All-Coins sind aktuell, damit ich eine grobe Orientierung habe, welche Kryptowährungen euch am meisten interessieren. Und ich würde sagen, wir reden nicht weiter drum herum, starten hier einmal mit dem Bitcoin hier auf diesem Chart. Und hier können wir ganz klar erkennen, wir haben das Bull-Market-Support-Band, das 20er und das 50er Weekly EMA wieder hier nach unten hin durchbrochen. Und dementsprechend sieht das Ganze hier aktuell nach einem deutlichen Fake-Out aus. Also ein kurzzeitiges Break-Out hier über diese beiden wichtigen Indikatoren, welche wir eben als wichtige Grenze zwischen bullischer und bärischer Phase definieren. Und anschließend wieder ein deutliches Break-Down hier herunter. Und das ist natürlich sehr bärisch zu bewerten, sage ich mal, denn das bedeutet hier oben, waren die Bären letztendlich zu stark, haben es wieder geschafft, die Kurse unter diese wichtigen Indikatoren zu drücken. Was natürlich bedeutet, viele Leute, die den Markt beobachten, viele Marktteilnehmer, die diesen Indikatoren große Bedeutung zuweisen, sehen hier dadurch natürlich eindeutig bärische Signale. An diesem Punkt hier konnten eben diese Indikatoren nicht als Support bestätigt werden. Bedeutet ja, hier wurden zu wenig Kauf-Order aufgegeben an diesen Punkten, haben zu wenig Leute nachgekauft. Zu wenig Vertrauen war im Kryptomarkt, war in den Bitcoin gesetzt, damit hier tatsächlich ein Support gebildet werden kann. Wir sehen derartige Fake-Outs, auch wenn wir hier einmal etwas in die Vergangenheit blicken, zum Beispiel hier insbesondere natürlich im Bärenmarkt 2018. Und hier können wir ein ähnliches Muster letztendlich erkennen. Also wir sind stark nach unten korrigiert, haben dann hier letztendlich wieder das 50er Weekly EMA, also diese rote Linie hier und dann das Bull-Market-Support-Band nach oben hin durchbrochen, haben hier allerdings ebenfalls ein gescheitertes Reversal erlebt, einen Dead-Cat-Bounce, im Zuge von dem wir dann anschließend hier wieder unter das Bull-Market-Support-Band und unter das 50er Weekly EMA korrigiert sind. Und das Gleiche können wir letztendlich ja an dieser Stelle auch erkennen. Also wieder Breakout, allerdings hat hier dann die Stärke gefehlt. Wir haben ein Fake-Out erlebt und anschließend einen weiteren Drop nach unten und somit noch ein weiterer fortlaufender Bärenmarkt. Das können wir eben in der Vergangenheit in den Bärenmarkten immer wieder sehen und wir sehen eben genau dasselbe Signal jetzt wieder. Natürlich, ich persönlich denke nicht, dass wir jetzt von einem jahrelangen Bärenmarkt hier aufgrund von diesem gescheiterten Breakout sprechen müssen, aber wir müssen eben realistisch sein und sagen, okay, solange wir kein eindeutiges Breakout über diese beiden wichtigen Indikatoren, die eben historisch bedingt, wie gesagt, zwischen Bullen- und Bärenmarkt relativ gut unterscheiden können, sehen, müssen wir weiter vorsichtig im Markt sein. Grundsätzlich muss ich sagen, begrüße ich die weiteren Kurs-Drops tatsächlich, weil das eben letztendlich nur bedeutet, man hat mehr Zeit zu günstigeren Punkten in Krypto einzusteigen, man hat dementsprechend mehr Zeit Kapital anzusammeln und dieses eben zu effektiveren Preisen, sage ich mal, hier einzusetzen. Denn wie in meinem letzten Video hier besprochen, langfristig gesehen, und das ist der Timeframe, den wir auf jeden Fall betrachten müssen, langfristig gesehen haben wir unglaubliches Potenzial beim Bitcoin und sagen uns letztendlich die verschiedensten Modelle, dass wir eben mit deutlichen Kurssteigerungen rechnen können. Und dementsprechend über Cost-Dollar-Averaging hier in einen fallenden Markt einzusteigen, ist natürlich eine sehr willkommene Möglichkeit, eine sehr willkommene Chance. Wie gesagt, schaut euch das letzte Video gerne an, wenn ihr darüber auch mehr wissen wollt, über langfristige Prognosen für den Bitcoin und wenn wir dabei sind, gerne hier schon mal ein Like für den Algorithmus da lassen. Wenn wir hier einmal auf den etwas kleineren Timeframe bzw. Zeitabschnitt blicken, sehen wir außerdem dieses Symmetrical Triangle hier ebenfalls nach oben hin ausgebrochen, sehr bullisch eigentlich zu bewerten. Wir sind hier allerdings dann bei den 48.000 US-Dollar gescheitert. Eine Preisregion, bei der übrigens auch hier der Short-Term-Holder-Realized-Preis liegt, aktuell um genau zu sein bei 45,8, damals hier oben ungefähr bei 47.000 US-Dollar. Und der Short-Term-Holder-Realized-Preis ist ebenfalls ein sehr interessantes Preisniveau, bei welchem wir zwischen Bullenmarkt und Bärenmarkt unterscheiden können. Das sehen wir gleich, wenn wir ein wenig rauszoomen hier. Davor möchte ich einmal noch ganz kurz erklären, warum. An diesem Punkt sind letztendlich Short-Term-Holder im Schnitt bei 0 mit ihrem Investment, also weder im Gewinn noch im Verlust. Und wir sehen, dass wir eben eine lange Periode gesehen haben, bei welcher die Kurse unterhalb vom Short-Term-Holder-Realized-Preis gelegen haben. Bedeutet natürlich, in dieser Phase sind Short-Term-Holder massiv im Verlust gewesen. Einige haben in dieser Phase natürlich Verkauf und einen Verlust hingenommen. Andere allerdings haben natürlich darauf gewartet, dass sich die Kurse wieder erholen, um dann eben bei 0 bei Break-Even auszusteigen. beziehungsweise ist das immer so die Frage, okay, inwiefern steht das Vertrauen, dass eben die Kurse hier in den nächsten Monaten noch weiter ansteigen, wenn eben genug Short-Term-Holder davon ausgehen, okay, ich persönlich glaube, dass wir jetzt eben ein Reversal starten, hier weiter fortsetzen, dann verkaufen diese an diesem Punkt vermutlich nicht, wenn sie Break-Even sind, sondern warten, bis ihr Investment deutlich im Profit ist. Aber, wie eben vorhin schon erwähnt, ja, an diesem Punkt haben eben viele Leute die Möglichkeit genutzt, bei Break-Even auszusteigen, weil eben viele Leute noch einmal davon ausgehen, dass der Kurs weiter nach unten droppt, um dann eben mit ihrem Kapital, was sie Break-Even rausgenommen haben, günstiger einsteigen zu können. So, und dementsprechend haben wir hier also starke Rejection gesehen, ein Fake-Out, haben es auch nicht geschafft, hier ein Higher-High zu bilden, als hier das letzte signifikante High, und dementsprechend testen wir gerade hier aktuell die 40.000, beziehungsweise genau genommen so die 39.500 US-Dollar an, hier den unteren Support von unserem Symmetrical Triangle. So, und an dieser Stelle haben wir natürlich einen weiteren kritischen Punkt, denn wenn wir hier nach unten hin ausbrechen, sehen wir tatsächlich einen Break-Out nach unten aus diesem Symmetrical Triangle. Was, und das habe ich Anfang an schon gesagt, als wir über dieses Symmetrical Triangle gesprochen haben, rein objektiv, rein statistisch betrachtet, das wahrscheinlichere Szenario ist, da wir in einem Abwärtstrend dieses Symmetrical Triangle geformt haben und dementsprechend eine Trend-Continuation hier ein etwas wahrscheinlicheres Szenario wäre. Und genau das würde eben auch hier einer ABC-Korrektur entsprechen, das bärische Szenario, was ich hier immer wieder angewendet habe, euch immer wieder gezeigt habe, denn wie immer müssen wir natürlich sowohl bullisches als auch bärisches Szenario miteinander vergleichen. Ich weiß, ich sage häufig, ja, der Kurs kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Der ein oder andere würde vielleicht sagen, ich mache es mir einfach mit dieser Aussage, weil ich natürlich in beiden Fällen recht habe, aber letztendlich ist das die einzige richtige Aussage meiner Ansicht nach, die man hier tätigen kann. Denn niemand kann sagen, ja, Break-Out nach oben oder Break-Out nach unten, denn letztendlich werden immer Leute recht haben und andere Leute werden eben nicht recht haben. Kursbewegungen zu beurteilen, vor allem auf kurzfristiger Hinsicht, kurzfristiger Basis, ist relativ schwer und lässt sich nie mit 100%iger Genauigkeit sagen. Viel wichtiger ist es eben, dass man sich ungefährer Widerstand zu Portlinien bewusst ist, eben eine Strategie entwickelt, wie wir bei abfallenden Kursen und bei ansteigenden Kursen handeln und sich insbesondere bewusst sein, ja, es gibt beide Szenarien. Denn jeder im Kryptomarkt, der nur von einem Szenario ausgeht, der eben sagt, okay, wir werden auf jeden Fall gerade ein bullisches Reversal sehen, beziehungsweise jeder, der sagt, okay, Bitcoin wird auf 10.000 droppen, ich bin mir absolut sicher und eben kein anderes Szenario hier in Betracht zieht, der wird vermutlich derjenige sein, der langfristig Geld verliert. Und diejenigen, die allerdings langfristig durch Kosten Dollar Averaging in den Markt einsteigen, langfristig davon überzeugt sind, dass Bitcoin letztendlich über die Jahre hinweg deutlich steigen wird, dementsprechend den Modellen der Evidenz nachfolgt und eben durchhodelt, egal ob wir jetzt sonst in einer bullischen oder bärischen Phase befinden, der wird vermutlich den größten Profit machen. Wir sehen jetzt hier, dass wenn wir unter dieses Symmetrical Triangle droppen, dass wir dann mit einem weiteren Abwärtstrend rechnen müssen. Und hier kommt dann dieser Bereich ins Spiel, also einerseits die Region, in der wir hier die letzten signifikanten Lows hatten, also ungefähr zwischen 33.000 und 34.000 US-Dollar. Und wir haben außerdem hier diese weiße aufsteigende Support-Linie, die sich hier letztendlich seit sehr langer Zeit schon bildet, hier letztendlich in den letzten Korrekturen starken Support gefunden, hier wieder Support gefunden. Und wenn jetzt hier also diese Support-Linie halten würde, bauen wir hier auf dem größeren Time-Frame letztendlich hier eine Art aufsteigenden Trendkanal und haben hier den unteren Support wieder erneut bestätigt. Wenn wir jetzt allerdings, und das läuft letztendlich hier einmal auf dasselbe hinaus, die bisherigen Lows bei ungefähr 33.000, 34.000 US-Dollar hier unten in diesem Bereich also nicht halten, müssen wir immer noch mit weiteren Abwärtsbewegungen rechnen, beziehungsweise wäre das dann das wahrscheinliche Szenario. Darauf werden wir natürlich jetzt gleich auch noch zu sprechen kommen. Davor noch eine wichtige Sache erwähnt. Ja, wir haben vor ein paar Videos darüber gesprochen, dass wir hier eine mögliche Wike of Accumulation sehen, ganz hier nach diesem Schema. Und da haben wir gesagt, dass wir uns möglicherweise gerade in Phase D befinden. Also hier seitwärts Konsolidierung um die oberen Widerstandslinien herum, bevor wir dann einen weiteren Aufwärtstrend sehen. Das wäre das bullische Szenario gewesen. Das hätte bedeutet, dass wir hier oben eben Seitwärtskonsolidierung sehen und dann eben ein weiteres Breakout nach oben. Wir sehen jetzt hier allerdings mit diesem starken Drop nach unten unter die wichtigen Widerstandslinien, beziehungsweise Supportlinien, die wir hier in diesem Bereich ungefähr gebildet haben, dass wir dieses Weikoff-Schema quasi invalidieren. Und eben nach diesem Schema nicht weiter von einem unbedingt bevorstehenden Breakout nach oben ausgehen können. Wichtig eben, in einer bärischen Phase ist es natürlich immer zu wissen, okay, wo sind denn Preisziele auf der unteren Seite? Also wo können wir letztendlich auf dem größeren Timeframe einen ungefähren Bodenbereich verorten? Denn, wie gesagt, das habe ich auch schon einmal hier erklärt, wir sind in dieser Bewegung hier zwischen 50.000 und 30.000 US-Dollar, ein sehr großer Peak im Volumenprofil, ein sehr großer Block im Volumenprofil. Wir sind letztendlich hier in dieser Seitwärtsbewegung und da stellt sich hier die Frage, werden wir aus dieser Seitwärtsbewegung, aus dieser Range hier nach oben hin ausbrechen? Dann sind hier auf höherem Timeframe gesehen die nächsten Preisziele in der alten All-Time-Heil-Region, in der wir dann die nächsten wichtigen Widerstandszonen haben, wo sich dann ebenfalls wieder entscheidet, okay, sehen wir einen Breakout über die letzten All-Time-Heils und somit einen weiteren starken Bullenmarkt mit 9 All-Time-Heils oder werden wir hier oben dann tatsächlich rejected und setzen unsere Seitwärtsbewegung fort? Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit eines Breakouts hier unter die 30.000, interessanterweise ziemlich genau hier auch unter den unteren Bereich der Bitcoin-Logarithmic-Growth-Curves und was in der Vergangenheit bisher fast noch nie passiert ist, wenn dann tatsächlich relativ kurzzeitig. Und dann haben wir hier niedrigere Preisziele beim 200er Weekly EMA und beim 200er Weekly SMA. Diese liegen ungefähr hier im Preisbereich von, ich habe diese Linie hier einmal erweitert, um das etwas anzupassen auf die kommenden Monate. Diese liegen hier ungefähr bei 22.000, 23.000 US-Dollar und 28.000 US-Dollar, also ziemlich genau entweder hier beim Boden von der alten Korrektur, beim 200er EMA beziehungsweise hier deutlich weiter unten noch einmal beim 200er SMA in Türkis dargestellt. Wie kommt man jetzt auf diese Preisziele und viel wichtiger, inwiefern macht das hier tatsächlich Sinn, inwiefern ist das ein zu bedenkendes Szenario, wenn dem ich persönlich deutlich niedrigere Preisziele für eher unwahrscheinlich betrachte. Wie oft schon erwähnt, ja das alte All-Time-High hier oben bei ungefähr 20.000 US-Dollar, denke ich, wird eine sehr, sehr wichtige Widerstandszone darstellen. Ich habe schon oft gesagt, ich glaube nicht, dass Bitcoin noch einmal unter 20.000 droppt, denn wir haben noch nie das alte All-Time-High im vorhergehenden Zyklus nach unten hindurchbrochen. Und vor allem wird es interessant, wenn wir uns die vergangenen Zyklen einmal anschauen. Hier im Bärenmarkt 2019 haben wir zum Beispiel den Boden zwischen dem 200er EMA und dem 200er SMA geformt, haben eben sehr zuverlässig in diesem Bereich einen Boden geformt und dementsprechend genauso wie zum Beispiel hier das Bull Market Support Band einen wichtigen Indikator darstellt, können wir eben auch in der Vergangenheit sehen, dass hier diese beiden EMAs bzw. SMAs ebenfalls wichtige Bereiche dargestellt haben. Das wissen natürlich auch viele andere Marktteilnehmer und dementsprechend entsteht hier somit sehr wichtiger Support. Natürlich sind beide Preisziele vom aktuellen Preisniveau, also hier oben 60.000 bis 70.000, hier unten ungefähr 23.000 bis 28.000 US-Dollar, relativ weit entfernt, aber wir müssen natürlich auf den größeren Timeframes mit einem dieser beiden Szenarien rechnen. Und vor allem sollte man eben auch wissen, wenn wir jetzt hier tatsächlich runter droppen, dann sollte man nicht in Panik verfallen, dann bedeutet das nicht, dass Bitcoin tot ist, auf Null gehen wird, sondern dann bedeutet das eher eine unglaubliche Chance hier im 20.000er Bereich noch einmal Bitcoin nachzukaufen mit den aktuell unglaublichen Bullischen News, vor welchen wir eben stehen. Wir sehen hier letztendlich eine Bitcoin Apple Pay Integration, die eben geplant wird von Apple. Wir sehen hier eben eine Integration des Lightning Networks in Shopify. Meiner Ansicht nach eine extrem Bullischen Nachricht. Wer Shopify nicht kennt, das ist ein Online Shop Dienstanbieter, ihr könnt quasi über Shopify eigene Online Shops bauen und dementsprechend eigene Produkte verkaufen. Eine Dienstleistung, die unglaublich viele verschiedene Händler anwenden. Eben über 1,7 Millionen einzelne Händler nahezu auf der gesamten Welt. Und das bedeutet natürlich, dass hier die Mass Adoption von Bitcoin, von Kryptowährungen deutlich vorangetrieben würde. Wir haben außerdem die Bitcoin Konferenz 2022 hier in Miami, die eben erfolgreich abgeschlossen wurde. Vielleicht nicht mit den unglaublich Bullischen Ankündigungen, die man vielleicht erwartet hatte, aber wir sehen trotzdem einige sehr interessante Gedanken. Vor allem eben weitere Staaten, hier Madeira, Mexiko, teilweise Honduras, Regionen, die darüber nachdenken, Bitcoin als Zahlungsmittel einzuführen. Das heißt, wir haben sehr, sehr Bullische Nachrichten, die sich aktuell noch nicht in den Kursen zeigen. Langfristig aber wieder eine Bestätigung dafür geben, okay, wir können von unglaublich viel Potenzial im Kryptomarkt sprechen. Wenn wir uns den Weekly Chart anschauen, ja, wir sehen einen Drop unter die Weekly EMA Ribbons, ein sehr, sehr negatives Zeichen, würde ich mal sagen. Außerdem sehen wir hier weiterhin, dass sich hier ein Flip in den EMA Ribbons auf dem Weekly Chart ein sehr bärisches Zeichen, bei welchem die kurzzeitigen Indikatoren unter die langzeitigen Indikatoren droppen, hier anbahnt, was ebenfalls ein sehr, sehr negatives Signal in der Vergangenheit gewesen ist. Außerdem hier im RSI sehen wir eine wunderbare Rejection von diesem abfallenden weißen Widerstand. Und somit sind aktuell die Zeichen dann doch wieder etwas bärischer, währenddem wir eben hier bei dem Breakout über die Weekly EMA Ribbons dann doch eher bullische Zeichen gesehen haben. Aber im Kryptomarkt ändert sich die Lage eben relativ schnell und man muss hier eben auch sehr schnell bereit dazu sein, seine Einstellung hier zu verändern beziehungsweise der tatsächlichen Gegebenheit anzupassen. Hier zu unserem Worst Case Szenario im 20.000er Bereich kann man übrigens auch noch dazu sagen, dass der Long-Term-Holder-Realize-Preis bei ungefähr 18.500 liegt und beim Long-Term-Holder-Realize-Preis haben wir in der Vergangenheit Corona-Crash Bärenmarkt 2018, 2019 hier Bärenmarkt 2015 immer wieder sehr wichtigen Support-Befund. Genauer gesagt, um diesen Preis herum mit natürlich einigen Prozenten an Abweichung haben wir immer ungefähr den Bärenmarkt-Boden gesehen. Zwischendurch möchte ich nochmal ganz kurz daran erinnern, hier nicht zu vergessen, etwas Support da zu lassen, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und an dieser Stelle gesagt, ja, wenn ihr traden wollt, wenn ihr auf der Suche nach einer Kryptobörse seid und mich den Kanal weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr euch hier über meinen Link bei FTX 5% an Gebühren sparen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns abschließend nochmal den DXY an, also den US-Dollar-Währungsindex, wie oft schon erklärt. Wenn dieser steigt, dann sehen wir meistens eine indirekte Korrelation zu den Kryptomärkten, das heißt, die Kryptomärkte fallen und andersrum natürlich auch. Jetzt hier können wir erkennen, dass im Zuge von den weiteren Korrekturen im Kryptomarkt wir hier eine weitere wichtige Widerstandslinie nach oben hin durchbrochen haben, beim US-Dollar-Währungsindex. Das heißt, der US-Dollar ist weiterhin sehr, sehr bullisch hier, was weiterhin ein eher negatives Signal für die Kryptomärkte bedeutet. Wenn wir aber jetzt hier einmal etwas herauszoomen und uns die Preisentwicklung seit hier letztendlich 2014, 2015 anschauen, können wir eine interessante Sache erkennen. Wir bewegen uns hier beim US-Dollar-Währungsindex letztendlich in dieser Seitwärtsbewegung, diese obere Widerstandslinie, diese untere Supportlinie und wir sind jetzt hier auf dem Weg, die obere Widerstandslinie anzutesten, die letztendlich hier seit 2015 nicht durchbrochen wurde. Genauer gesagt haben wir natürlich nicht hier eine klare obere Widerstandslinie, sondern eher hier eine Zone, sage ich mal und wir bewegen uns hier in eine relativ hohe Widerstandszone, die der US-Dollar-Währungsindex eben schon lange nicht nach oben hindurchbrochen hat, was eben mittel- und langfristig bedeuten würde, ja, ein weiteres Breakdown beim US-Dollar-Währungsindex, somit ein weiterer Bullenmarkt beziehungsweise zumindest bullische Phase beim Bitcoin würde durchaus anstehen. Das ist natürlich etwas, das würde nicht in den nächsten Wochen passieren, aber für die nächsten Monate durchaus ein denkbares Zeichen. Wir sehen eben auch hier bei einer meiner Lieblingscharts den MVRVZ-Score, ein Chart, welcher eben verschiedene On-Chain-Metriken hier, die Market Cap, die Realize Cap und eben eine Standardabweichung der Market Cap miteinander verrechnet, und dass wir ebenfalls hier eher in der Nähe von stark überverkauften Zonen uns befinden, also von Punkten, an denen in der Vergangenheit sehr günstige Einstiegspunkte zu sehen war, hier unten im grünen Bereich dargestellt, somit deutlich weiter weg als hier von der überkauften Zone, bei der wir eben meistens von einem Bullenmarkt-Top sprechen konnten. Hier ist rein theoretisch noch etwas weiter Abwärtspotenzial möglich, wie vorhin eben schon erklärt, ja, Worst-Case-Szenario, hier ist der Chart, hier im Bereich der mittleren 20.000 US-Dollar, aber letztendlich langfristig betrachtet bedeutet das hier, dass man, denke ich, aktuell relativ gut in den Markt einsteigen kann. Das war es mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, etwas mehr Licht ins Dunkle gebracht, beziehungsweise möchte ich in den Videos immer meine Meinung, meine Ansicht auf den Markt und meine Strategien mit euch teilen, natürlich als kleiner Disclaimer gesagt, keine Finanzberatung, ich zeige euch nur, was ich tue, und ihr solltet euch natürlich, und das denke ich, macht auf jeden Fall Sinn, euch aus verschiedensten Quellen informieren, verschiedenste Meinungen einholen, und euch eben hier Aspekte raussuchen, die für euch vernünftig klingen. Ja, das war es, wie gesagt, über etwas Support würde ich mich freuen, ansonsten gerne eure Meinung in den Kommentaren mitteilen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an jeden, der bis hierhin dabei geblieben ist, und wir sehen uns im nächsten Video, bis dann.